Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Philippus Infinity War of Sky Vlog Expert Mode. Es spricht wieder zu Ihnen, Ihr Pirat! Äh, ja, hm, ja, da arbeiten wir heute dran, okay? Ich hatte in der letzten Folge schon dieses Problem mit der Verzauberung mit den XP, aber ich habe hier eine Lösung gefunden und die werden wir bauen nach dem Intro. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Also, ihr seht, selbe das Shirt, selbe Aufnahme, ich bin gerade so extrem energiegeladen, ich konnte 100 Folgen Skype, vielleicht nehme ich einfach 100 Folgen Skype, egal, herzlich willkommen zurück. Es hat funktioniert. Wusstet ihr, die letzte Folge war so eine Art Proof of Concept? Ich wollte herausfinden, ob meine Idee, meine Konzeption, die zwei Tage Arbeit, die ich in OBS und Automatisierung und so weiter gesteckt habe, ob das tatsächlich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und fuck yeah hat es funktioniert. Ich kann meine Videos einfach nochmal ungefähr über dreimal so schnell schneiden jetzt, wenn OBS nicht so ein Huhn ist. Ich kann meine Videos jetzt nochmal dreimal so schnell schneiden und das bedeutet für uns oder für mich in dem Fall, dass ich echt, ich habe jetzt so viel weniger Aufwand. Ich glaube, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber vielleicht kommen jetzt mal wieder regelmäßig wie. Okay, also ich möchte als nächstes gerne den Experience Obelisk craften. Klar, um das zu speichern. Machine Chassis sind ja nicht mehr ganz so teuer. Wir benötigen einfach nur fünfmal dieses Solarium und das Rezept hierfür wurde nicht verändert. Also Gold mit Soul Set. Fünfmal, merken wir uns. Und einmal brauchen wir Alloy. Und zwar dieses Alloy, was wir lustigerweise sogar haben. Haben wir sogar schon mal Solarium hergestellt? Nein. Gut, dann werde ich mir davon einfach mal 16 Stück machen, glaube ich. Ich denke so, 16 Gold kann ich eventuell entbehren. Alter, ich bin so am Ausreißen gerade. Es macht mir, weißt du, den lieben langen Tag, die ganze Scheißwoche bin ich einfach in der Uni. Und mehr passiert nicht, weißt du? Ich bin in der Uni, fertig. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Und es fühlt sich so fucking great an, jetzt hier gerade da zu sitzen. Ey, ich habe, boah, es macht mir einfach so viel Spaß. Es ist, ich glaube, das merkt man aber. Ich merke einfach extrem, ob ich gerade aufnehme quasi, weil ich Folgen brauche so. Oder ob ich gerade aufnehme, weil ich einfach mega Bock habe. Und super hype bin. Das merkt man sofort an der Videoqualität, finde ich. Okay, also ich habe da gerade die Sachen reingeworfen. Wir brauchen allerdings noch einen kurzen Moment, bis ich die fünf Stück habe oder sowas. Deswegen möchte ich so dann kurz hier reingucken. Und wir überlegen uns mal, was wir eigentlich benötigen. Was wir nämlich benötigen, klar, ist so ziemlich der gesamte Schritt. Also dieses Kleinkraften Gott sei Dank nicht mehr. Aber wir brauchen quasi etliche Crafting-Rezepte, die auch irgendwie ein bisschen parallel laufen müssen. Für unsere, also was wir halt in die Molecular Assembler nachher reinpacken werden. Und dann habe ich hier noch die ganze Geschichte. Das werde ich, glaube ich, erst automatisieren, wenn ich es wirklich benötige. Ich habe momentan nicht so das Gefühl, dass ich das so viel brauche. Das werde ich erst bei Bedarf haben. Auf jeden Fall, diese Geschichte werden wir automatisieren. Davor, glaube ich aber, ist es eine gute Idee, ein paar Maschinen zu automatisieren. Wir haben hier zum Beispiel die Kohl-Kleinkrafterei und die, was ist denn bei dir schiefgegangen? Und die Geschichte hier, läuft da noch mal was rein? Ah, ich glaube, du willst Stahl herstellen. Ach, es ist so ein Unfall. Das werden wir automatisieren. Wir werden auch diesen guten Freund, den Duton-Furnace, für die Glasherstellung irgendwie mal umstellen. Und die zwei, ja, die lassen wir, glaube ich, erst mal hier stellen. Also wir beginnen mit den beiden. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben da unten so einen ziemlich, ziemlich traurigen Einsamen. Der wird das, diese Energie wird er niemals liefern können. Aber wir beginnen, glaube ich, tatsächlich mit der Umstellung hiervon. Was benötigen wir dafür? Wir benötigen auf jeden Fall noch mal Pattern. Ja, das war es eigentlich auch. Also da brauchst du jetzt gar nicht viel. Da brauchst du irgendwie ein paar Busse. Und dann läuft der Hase schon und zwar zu Fuß. Die Sau, die kriegt kein Auto. Wir benötigen, sorry Leute, also es ist schon, ich bin halt hyped. Weil mein größtes Problem ist die Zeit. Zeit ist alles. Zeit entscheidet momentan alles in meinem Leben. Ich habe genug zu arbeiten für drei Leben. Ich hätte genug Jobs, ich hätte genug YouTube-Zeug, ich hätte genug Studium. Ich könnte aktuell 72 Stunden, ich könnte quasi, die Zeit ab 60, könnte ich jetzt leben. Tue ich auch in einer gewissen Weise, weil durch den ganzen Stress werde ich sehr viel früher sterben. Aber die Zeit jetzt, ist egal, das interessiert hier keinen. Okay, also wir sind wieder zurück hier drin. Sorry, das ist, alter du, ich bin, das ist halt, weißt du, es werden momentan so viel. Ich, ich, es ist, ich fühle mich ein bisschen, ich glaube, der Vergleich, den kann man durchaus bringen, wie Casey Neistat, als er Beam noch nicht veröffentlicht hat. Ähm, wer, wer das nicht verfolgt, es gibt so einen amerikanischen, ich gebe Beam hier ein, alter. Ich bin auf jeden Fall, es gibt so einen amerikanischen YouTuber. Und der hat Vlogs sehr erfolgreich gemacht. Äh, und eigentlich ging es ihm da, hat er das gemacht, um über sein Startup zu reden. Und er hat einfach Monate, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so, weiß ich nicht, damals habe ich ihn noch nicht geschaut, hat er darüber geredet, dass er gerade was im Hintergrund macht, wo er leider noch nicht drüber reden darf. Und er muss das mindestens genauso zerrissen haben, wie das mich gerade zerreißt. Weil ich bin nicht nur gerade an einem Startup dran. Okay, das Startup ist nur theoretisch und wir setzen aktuell noch nichts um, aber wir planen tatsächlich unter anderem ein Startup. Und ich plane noch so viel anderen Scheiß. Und Leute, wenn das hier, auch nur, wenn nur die Hälfte davon funktioniert, wird nächstes Jahr einfach der verschissen... Wie, das funktioniert schon. Hä? Ist das, hat der sowas wie Autopull? Configure.io? Der zieht das automatisch rein, wenn das daneben steht? Der leckt mich doch am Arsch. Funktioniert das? Bekomme ich jetzt automatisch hier Level? Ja. Wo ist jetzt die XP? Sammelt der die nicht, weil das hier voll ist? Oder wo kommt die her? Ich sehe hier nämlich gerade aktuell keine XP mehr. Bin ich irgendwie blind? Also eigentlich müsste jetzt hier ordentlich XP draufgehen. Ich sehe das jetzt aber gerade nicht. Kann das sein, dass der sie nicht reinbekommt? Ja, natürlich mächtig Scheiße. Also ich bekomme gerade auch an keinem anderen Eck XP. Und eigentlich ist doch der genau dafür da, um diese XP zu sammeln. Äh. Hier, das ist ja eigentlich das, was ich eigentlich machen wollte, ne? Aber warum bekommt ihr die XP nicht rein? Hä? Das müsste eigentlich funktionieren. Wenn, 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 auch wenn, wenn die Viecher hier so sterben, müssten sie... Also Leute, ne? Wenn ihr mir sagen könntet, warum der jetzt hier einmal die XP voll hat und jetzt nicht mehr... Kann es durch die Smeltry sein? Verliert man so die XP? Das wäre ja mächtig Scheiße. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Das wäre doof. Weil dann müsste ich quasi... Dann würde ich wahrscheinlich einfach die Smeltry deaktivieren. Wir haben schon genug Enderperlen und so weiter. Ja, kacke du. Das ist nicht so toll. Na gut, das war jetzt ein kleiner Rückschlag. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Also wir können ja wieder die Scheiße hier einpacken. Aber okay, dann... Hm. Das ist doof. Weil das war auch mit meine beste Enderperlenquelle. Und wir werden jetzt sicher noch weitere Enderperlen in Zukunft benötigen. Ja, jetzt habe ich fünf Level gesammelt. Das ist halt irgendwie... Kann ich irgendwie Experience-Bushes farmen oder irgendwie? Es muss doch eine coole Möglichkeit geben, hier in XP ranzukommen, ohne die Falle umzubauen. Ja, ich meine, wie viele Enderperlen haben wir aktuell? Tausend. Das ist halt nicht so sonderlich viel. Gibt es hier Experience. Gibt es auch garantiert Experience-Bushes. Die heißen nicht Experience-Bushes. Die heißen Essence-Bushes. Und die haben eine einprozentige Chance, wenn man... Wir sehen uns in einem Moment wieder. Ich baue schnell eine automatische Farm für Experience-Büsche. Okay, einen kurzen Moment später habe ich jetzt die ersten Sachen dafür schon hergestellt. Das ist jetzt echt... Das ist quick and dirty und total verrückt. Ich habe mir jetzt einfach mal gerade eben einen Alois-Melter craften lassen, weil ich den jetzt brauche. Und ich hatte irgendwie... Ich habe überlegt, was kannst du nehmen? Redstone-Furnace wäre eine Idee. Ja, bla bla bla. Und dann habe ich einfach gedacht, der leckt mich. Ich nehme mir jetzt zwei von diesen Solar-Panels. Ich habe mir irgendwelche anderen Sachen gecraftet. Und das wird echt... Das ist die dirtyste Maschinerie, die ich jetzt je hergestellt habe. Aber sie wird funktionieren. Deswegen ist es mir egal. Also wir haben hier diesen Thrower, der irgendwie irgendwas drin hat. Es ist mir auch wirklich... Es ist mir Schnuppe. Hauptsache, er gibt das auch hier rüber ab. So, ähm... Ja, doch. Es läuft trotzdem noch. Dann geht das Ganze hier... Habe ich hier freien Himmel? Ne, habe ich nicht. Dann müssen wir das von der anderen Seite abgeben lassen. Machen wir weg hier. Komm. Das ist so quick and dirty hier gerade. Aber es funktioniert. Es wird funktionieren. Okay. Das geben wir an einen Alois-Melter. Der macht das Ganze dann zu Cleanstone. Aber natürlich erst, wenn er Strom bekommt. So. Dann gibt er das Ganze bitte an die Seite ab. An einen Auto... An einen Auto-Siff. Der ist hier. Ähm... Machst du auch wirklich das, was du machen sollst? Oder stehst du einfach nur dumm rum und machst nichts? Okay. Es kommt tatsächlich Cleanstone raus. Gut. Dann gibst du das hier bitte an die Seite hier ab. Einmal auf Push gestellt. Der bekommt jetzt hier Cleanstone rein. Macht natürlich damit auch nichts. Weil ihm ebenfalls der Strom fällt. So. Der macht jetzt die Büsche raus. Und die Büsche an sich nutzen mir natürlich rein gar nichts. Deswegen lassen wir sie ebenfalls extrahieren. Ist das klug, was ich gerade mache? Pseudoklug. Okay. Wir gehen kurz schlafen. Weil nachts funktioniert die Maschinerie sowieso nicht. Ähm... Aber wir sind... Wir sind endlich an dem Punkt angekommen, Leute. An dem Punkt, wo ich seit... 90 Folgen hin möchte. An dem Punkt, wo ich einfach am Anfang der Folge sage, hey, ich hätte jetzt gerne XP. Und dann funktioniert das nicht. Aber am Ende der Folge bin ich dann so weit, dass ich sie mir irgendwie produziere. Und es fehlt noch irgendwie ein Harvester. Aber, Alter, wir sind so fucking weit. Bald werde ich einfach noch alles einmal in die Automatisierung reinwerfen. Und dann werden wir alles irgendwie als Endprodukt... Wisst ihr, warum ich zurücklaufen musste? Wegen der Chess. Versteht ihr, was ich meine? Ich brauche dringend dieses Wireless im E-System, ne? Das glaube ich, baue ich bald. Boah, geil. Jetzt sind wir bald so weit, dass wirklich jede einzelne Folge neuer technischer Fortschritt ist oder so. Glaube ich. Okay, was ich jetzt hier habe, ist, dass ich hier auf Insert stelle, aber mit einem Filter. Und in diesen Filter kommen gerade die Steine rein, die hin und wieder produziert werden, die ich einfach überhaupt nicht brauchen kann, ne? Habe ich im Voraus nachgeguckt, wenn man sich nämlich hier das Rezept für Steine anguckt und ein bisschen rumklickt. Ach, hier sind wir schon. Dann sieht man, diese zwei Steine kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Alles andere sind in irgendeiner Art wertvolle Büsche. Ich will natürlich nur die Essens-Busches. Und die ganze Kiste wird voll sein, wenn wir das nächste Mal auf den Server kommen. Wahrscheinlich. Okay, das heißt, hier machen wir jetzt Extract, Always Active, hier machen wir Insert, aber nur mit diesem Filter und hier machen wir halt Insert und den Rest und damit haben wir jetzt hier nichts drin, hier nichts mehr drin. Ja, ich habe jetzt quasi erfolgreich Items löschen lassen. Ich fühle mich nicht schlecht. Ich fühle mich gut. Okay, vielleicht schaffen wir es irgendwie, dass in der heutigen Folge tatsächlich nur irgendwie hier drin was landet. Das wäre natürlich pervers geil, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe hier alles in den Mülleimer geworfen. Und das ist übrigens, damit wir uns auch richtig vorstellen, ich sehe nicht, wie die heißt. In der Box. Okay, cool. Aber das hier funktioniert. Ich könnte sogar noch irgendwie meine Kaffeemühle damit betreiben. Denn hier kommt sogar ein bisschen zu viel Energie zustande. Cool. Also, man stellt einfach, genau das ist Skyblock. Das ist die Definition eines Skyblocks. Sodass du einfach, du brauchst irgendwas, keine unnötigen Standard, leck mich, ich baue es einfach so. Das ist für mich das Skyblock-Feeling. Alles klar. Mein lieber Freund, Farming Station, was bräuchte ich denn für dich? Was bräuchte ich denn für dich? Eigentlich möchte ich die nicht machen. Weil ich es nicht einsehe. Da haben wir schon mal alles gemacht. Weil ich es nicht einsehe, Werkzeuge reinzupacken. Eigentlich möchte ich einen Harvester machen. Also, wir brauchen jetzt irgendwas, um diese XP wieder abzuernten. Das ist logischerweise. Obwohl, wir könnten Autonomous Activator nutzen. Das würde uns natürlich den Umweg hier ersparen. Weil ich dafür Rocket Fuel bräuchte. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Sind die Autonomous Activator genervt? Ein bisschen, glaube ich. Oder? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Das skaliert natürlich nicht so toll. Aber bei einem 24-Stunden-Server, und solange wir keine heftige Wooda-Spawn-Farm oder so eine Scheiße betreiben, könnte das meiner Meinung nach sogar reichen. Ich lasse mal noch schnell mehr Stahl herstellen. Weil das funktioniert hier tatsächlich überraschend gut. Also einfach nochmal hier ganz viel Stahl, weil meine Tanks sind halt voll. Da ändert sich auch nichts dran. Ihr seht, dass ich hier ein bisschen, also durch die Aktion gerade, aber es trotzdem. Ziemlich cool, ziemlich cool. Die Frage ist jetzt nur, wie wir jetzt hier weitermachen. Weil ich meine, die Jetplates, das ist die eine Sache. Dark Steel, Dark... Genau, das ist die andere Sache. Ja, genau. Das ist die Dark Steel Jetplate. Das ist natürlich der Traum, wo jeder hin will. Aber ich glaube, da kommen wir vorerst nicht hin. Ja gut, dann habe ich quasi den Rest aber mit der Rüstung. Das ist, glaube ich, auch schon mal ein Anfang. Was ich dafür aber, wie gesagt, benötige, sind die Level. Das heißt, wir benötigen dann die Autonomous Activator. Zusammen können wir eigentlich gerade da unten hinbauen. Vacuumhopper setzen wir hier irgendwo ins Eck. Okay, cool. Das hätten wir damit geschafft. Aber irgendwie bin ich damit noch nicht so ganz glücklich mit dieser Folge, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich würde ja noch irgendwie die Welt verändern kurz. Deswegen machen wir doch... Wie wäre es mit einem Interface? Sind doch nicht im Autocrafting. Na, 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 Skate. Okay, wie wäre es mit einem Interface? Die sind auch noch nicht im Autocrafting. Na, 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 Skate. Aber sie sind nicht mehr so unendlich teuer für uns. Thanks Gott und so. Diese Ödel ist natürlich genauso. Wobei ich hier hin und wieder mal den Crystal austauschen muss. Ich glaube, das geht auch normaler, oder? Ja. Weil ich es halt irgendwie nicht einsehe, dass ich die teuren verbrate. So, jetzt aber ein Interface. So und so. Haben wir hier alles, was wir benötigen. Aber ich hätte sogar noch welche da gehabt. Ist ja lustig. Machen wir mal vier Interfaces. So. Dann brauchen wir Molecular Inscriber. Das sind diese Gedödels hier. Magic, Magic. Ich habe sogar alles, was ich brauche, dafür da. Ich habe sogar alles, was ich dafür brauche, dafür da. So. Das reicht erstmal, glaube ich. Oder machen wir hier auch? Vier ist eigentlich Schnuppe. Und jetzt benötigen wir eigentlich nur noch. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man Importbasse wirklich benutzt. Das ist ja wirklich benötigt. Deswegen schlagt mich bitte mal kurz nicht, dass ich wirklich nicht weiß, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber ihr werdet es mir ja in die Kommentare schreiben, oder? Also ich möchte einfach mal Ex-Example-Ex-Ex-Ex-Ex matrikulieren. Ich möchte einfach mal irgendwas herstellen lassen. Und wenn es wirklich nur die Basic-Sachen sind. Um quasi das System für mich wieder zu verstehen. Klingt jetzt dämlich. Aber es ist lange her. Okay? Danke. Das ist ein Molecular Inscriber. Das ist ein Interface. Der bekommt seinen Strom hier durch. und meiner Meinung nach müsste es jetzt schon reichen, wenn ich hier irgendein Craftingrezept reinlege. Deswegen machen wir das auch gleich mal, damit ich, ähm, wir machen gleich, wir machen den Core, weil da habe ich am wenigsten Bock drauf. Prevent, ähm, allow substitutions. Ein Glück, dass das jetzt passiert ist. Alter, das wäre ja noch, das wäre schlimm gewesen, ähm, Processing. So, und jetzt kann ich nämlich hier tatsächlich einfach sagen, ich hätte gerne Annalition, Annalition Core, also den hier zum Beispiel. Ha, ha, ha. Und zwar mit dem normalen Quarz, bitte. Weil da habe ich wahrscheinlich 13k, ein kleines bisschen mehr, ne? So, das brennen wir auf eine Platte. Ähm, und weil ich gerade eh schon dabei bin und das garantiert nicht nochmal machen möchte, suchen wir den anderen Core gleich auch noch. Wenn der nicht zufälliger... Es gibt noch andere. Boah, ich liebe euch gerade ein bisschen. Ähm, ja, da wird sowieso wieder das falsche Step rauskommen, ey. 13k übrigens, weil dann die, die Obergrenze ist klar. Okay, cool. Ähm, jetzt kann ich das hier unten in das Interface hineintun. Und jetzt ist natürlich die Frage, aber jetzt kann ich sie bestellen. Also ich kann sie nicht unendlich bestellen, weil ich dafür denn das benötige, den ich noch nicht grinden kann. Und zwar den hier. Aber, wenn ich die jetzt bestelle, was passiert dann? Also wir gucken erst mal äh, so. Formation Core. Wir haben aktuell vier Stück und ich bestelle mal zehn Stück. Next. Er sagt ja, als das Available, was du brauchst, Start. Ja. Nix im Portbus. Dachte ich doch. Das hat in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich habe es aber im Singleplayer getestet und da war es dann irgendwie notwendig. Aber nix im Portbus. Genau wie ich es gesagt habe. Du hast noch ein paar frei, ne? Ähm, es funktioniert genauso. Cool, dann genauso werden wir einfach alles weiter automatisieren. Also wir werden quasi die aller, aller wichtigsten Basics und hier in diesem Eck möchte ich die Crafterei für ähm, alles was mit dem Kram zu tun hat bauen. Ja, dann lassen wir uns schon bald eigene Solarpanels craften. Und jetzt ganz zum Schluss der Folge möchte ich aber nochmal ganz kurz hier runterschauen. Denn hier unten ist ja auch der geile Shit. Ja, easy. Jetzt könnte ich sogar eigentlich sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass die hier auch noch vernichtet werden sollen, weil ich nur Experience, da sogar noch ein zweiter gekommen. Aber zugegebenermaßen ist das ein bisschen daneben. Da hinten stehen auch nochmal welche davon. Ähm, cool. Wir werden die dementsprechend hochzüchten. Die ganze Kiste wird volllaufen. Ich finde das mega. Einfach so in winzigster Zeit, so eine Maschine ist genau, genau das, meine Damen und Herren, ist für mich so das Feeling, das ich von einem Skyblock Display erwarte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr könnt mir gerne einen Kommentar schreiben. Das war's mit dieser Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao.